Da muss ich mir was einfallen lassen, das geht so nicht weiter. Vielleicht kriegen gleich irgendwie so Bomben raus. Da habe ich mir so ein schönes Teil hier gebaut und du machst einfach mal so ein Panzer. Das habe ich nicht mit Absicht gemacht. Das glaube ich, dass ich keine Ahnung hatte. Ich brauche noch einen Sitz. Ach, dann gehen wir ab hier oben. Fahrzeuge. Ah, nein, nein, nein. Brustach. Nicht Brustach. So, machen wir den mal. Hier. Und dann... Versuchen wir das mal mit... Lead ist scheiße. Hast du eine coole Playlist, ja? Ja, die Mario Kart, die da höre ich mir gerade durch. Nice. So und so. Das müsste, glaube ich, passen. Oh. Ne, tut's nicht. Nein, scheiße. Schöne Prop weggemacht. Wenn irgendwas gefährlich ist. Hä? Wir machen aber ohne Schießen oder so, oder? Ja, ja. Okay. Was geht denn das nicht mehr? Hä? Hä? Dasselbe jetzt noch auf der anderen Seite und dann gucken wir vielleicht gar nicht mehr voran. Wenn der Kevin wieder so ein Eisen-Panzer-Baum ist. Ich kann hier gar nichts spawnen, oder? Fällt das unter dem... Fällt das unter dem Map? Ja, zu Recht. Sonst würdest du noch mehr Eisen-Sachen spawnen. Ratsch, ratsch. Ja, ganz toll. Ja. Ganz toll. Wahnsinn. Was ist denn das? Was ist denn das? Deine Mutter ist das. Kann mit dem Arsch wackeln. Super. Was war die Idee? Ich wollte Eisen-Stoßstangen dran machen, damit ich auch auf ein Gewicht kriege, aber... Ja, ich weiß, die sollten dann so rausschießen. Ja, die hab ich schon durchschaut. Nee, eigentlich nicht. Aha. Die sollten eigentlich nur überhaupt halten. Okay. Jo, mach die ran, die war gut. Fick dich einfach nur mit einem viel zu schweren Fahrzeug-Cheats. Fahrzeug-Cheats. Nette mein Fahrzeug hier. Das gibt's doch nicht. Ich will einfach nur, dass es hält. Du musst doch einfach so machen. Nicht schön, aber hält. Ja. Super. Ganz schön. Schau dir das mal an, wie so ein nasser Sack hängt das da dran. Ja, genau. Awesome. Ja, perfekt. Mach, was du willst, Fahrzeug. Töte alles. Super machst du das. Also, ich bin stolz auf dich. Ja, super. Jetzt ist es verpackt. Oh, Mann. Ich hab keinen Bock mehr mit dir. Mach halt noch mehr Eisen dran, Kevin. Das ist mein, äh, genau. Ist irgendwelche Spieße da vorne. Du bist so unfair, Alter. Schau mal, lass mal da jetzt einfach auf den Boden. Und jetzt fahr mal gegen Mainz. Alter, ich seh das nicht. Ich muss das kontrollieren. Alter, wir bleiben genau stehen. Oh, noch nicht. Ja, voll. Du schiebst mich einfach weg. Ja, jeder hat die gleichen Möglichkeiten, würde ich sagen. Ja, nee. Doch, ich sei ein Penner, ey. Ich find's geil. Und versuche ich jetzt, das Ganze mit dem Gewicht bei mir zu ändern. Ja, um deine Reifen nicht zusammenbrechen. 400 wiegt er eins von deinen Dingern. Passiert noch was? Schau's dir mal an. Lowrider. Wie sich die Achse so nach unten verschiebt. Ja, schau, wenn ich's versuche hinzustellen. Platsch. Du brauchst andere Räder, ja? Ja. Ne, nur noch die, wo ich halt. Die halten gut. Ja, das tun meine jetzt vielleicht auch. Ich muss halt mal schauen. Das wäre echt cool, wenn ich jetzt die Räder noch mal dran watsch. Ob die dann die neue Kraft haben. Nein, haben sie nicht. Dann muss ich die Räder noch mal wegmachen. Und die Druster sind sinnlos und alles, was ich bis jetzt dran gebaut habe, ist sinnlos. Weil Kevin so schwer baut. Fat Kevin. Oh, mein Trock, mein Trock. Ja, ich hör's. Gott. Angst bekommen. Wheels, wheels, wheels. Wo sind die Wheels? Da. Problem ist ja, ich wusste ja auch nicht, dass es so schwer ist. Ich dachte, das ist Beton, das ist nicht so schwer. Ja, Beton ist auch schwer. Das ist so schwer, aber nicht, Mann. So was? Hör mal auf jetzt. Mit der Scheiß. Hilfe, ich hier. Oh, nein, nicht da rein. Ich weiß nicht, wie ich hochfliege. Ich hab dich gerettet. Danke, danke, danke. Oh, jetzt ist mein Sitz-Zabakarik hier. Da musst du ein bisschen besser festmachen. Ja, Aufgaben. Hier hast du mal ein geeignetes Rad finden. Das ist nicht so einfach, das zeig ich dir. Die sind zwar ein bisschen groß, aber... Und dafür baust du aus Stahl, Alter. Aus Beton-Stahl. Aus Krupp-Stahl, Beton-Stahl. Meins muss nur noch schöner werden. Funktion ist jetzt schon da. Kommt nur noch die Optik. Ich weiß nicht, das wisst ihr. Also ein Ballonbräu auf jeden Fall. Herzchen, pink. Na, super. Wafft. Truster haben natürlich auch. Null Chance. Wie hinten rum. Das nächste Mal schau ich dir erst zu. Bevor ich anfange zu bauen. Geil. Ne, ist scheiße. Reichen die? Ja. Wenn ich davon... So für links... Und rechts... Kein Effekt. Kein Sound. So nach links lenken heißt so. Das heißt einmal hier und einmal hier. Und jetzt das ganze Spiegel verkehrt. Einmal hier und einmal hier. Ja. Ei, ei, ei. Okay. Mach da. Oh Mann. So ein Kevin. Das ist Killermobile. Mach das nicht schlecht. Mach das nicht schlecht. Vor allem du bist viel weiter als ich, Mann. Ich fährt doch gar nicht richtig. Du hast mehr Blöffen. Ja, ja, ja. Was sagst du jetzt? Ich fährt einfach los. Ich muss unbedingt irgendwie vorankommen hier. Bis jetzt sieht das alles auch noch gar nicht so spektakulär aus, was ich hier mache. So. Verdammt. Welt. Bam, bam. Tschüss, Lied. Schießt du auf mich? Nee. Ich hab mir die Ballons weggeballert. Ach so. Ich hab mich irgendwie abgebremst. Keine Ahnung, was da los war. Den. Und mein Gewicht ein bisschen verändern. Das ist einfach so. Ich lasse einfach alles Original. Das ist ganz gut. Ganz gut. Findest du? Ja, ja. Und noch ein Auspuff auf jeden Fall. Ah, das ist gut. Duplex kommt hin. Da oben, da auch gut. So. Ist zwar jetzt nicht unbedingt Mario Kart-like, aber... Bastja. Das klappt dann eh weg und buggt irgendwo rein. Mach ich noch eine Scheibe dran? Nee, ich glaube, ich belaste das jetzt erstmal dabei. Heute sieht deins definitiv cooler aus, Kevin. Danke, danke. Mein Auspuff funktioniert nicht richtig. Hm, das wär's komisch. Lass mal den weg. Gibt's noch was besseres? Mach ich noch mal so. Ah, da wär was cooles gewesen, so ne Staufhörter. Color. Hm. Schade. So und... Na, das ist zu schwarz. Eins, zwei, drei, vier. Ne, also ich bin echt hart unzufrieden heute. Nicht gut? Ja gut, aber ich hab ja auch schon seit 1811 kein Garrys Mod mehr angefasst. Ich auch. Wow. Das Ding hier erzeugt mich. Muss ich zugeben. Ja, dann die drei Kollegen noch. Was hast du gemacht? So was hast du gemacht? Ah, jetzt hab ich's gesehen. Yo, 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 yo. Alles kommt eigentlich gar nicht schlecht. Yo, 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 yo. What the fuck are you doing, man? Du musst nur aufpassen. Ich glaub, das ist... Was ist so ein Schwappelmonster, ja? Ja, irgendwie leidet er unter seinem Gewicht. Du bist so fast so... Wenn du das einmal hinten reinhaust und vorne geht die Welle durch, ey. Irgendwie der leidet echt unter seinem Gewicht, das ist... Jo. Gehst du mal vor meinem Fahrzeug runter, ey? Vom Stäbchen meinst du, ja? Das ist kein Stäbchen, das ist der Amnalen Jungfahrer, ist es. Mit Wiederhacken, ja? Ja, das sollst du ja auch lange erst davon haben. Ah. Ah, okay. Händ deine Techniken nicht so gut, deswegen... Halt dein Mann. Nee, aber deins ist echt cooler wie meins, verdammt nochmal. Aber ich bin auch noch nicht fertig. Aber deins finde ich auch nicht schlecht. Also du brauchst das auf jeden Fall immer ein bisschen... Ja, besser. Na, ich weiß nicht. Ich finde deins halt geiler. Ach, Kurata auf jeden Fall. Bis auf diese krummen Dinger da vorne, ey. Lass sie, die sind mega geil. Sieht aus, als ob du gerade von Mikado verloren hättest. Ach, Mann. Wie wär's mit dem ersten Festlauf? Ich bin bereit, ich bin bereit. Jeder in seine Ecke. Guck mal, wo ich bin's festgemacht. Hier. Also ich bin in Tor zwei. Ah, wir gehen in Tor rein. Okay, dann gehe ich hier rüben rein. Also wer das Level verlässt, hat verloren. Egal wie, ob du jetzt in der Mitte ins Loch fällst oder sonst wo. Das ist eigentlich Wurst. Ich kann ja nicht mal auf der Stelle stehen bleiben. Ich auch nicht, man sollte auch wegfahren. Drei, zwei, eins, go. Go, okay. Ich spiele Action-Musik ein. Oh. Ich glaube... Du presst richtig hart. Ich glaube, vom Gewicht sind wir relativ gleich. Inzwischen. Es ist ziemlich fair. Du bist ein bisschen mehr Kraft hast du, glaube ich. Ja, aber mein Problem ist, du bohrst dich unter mein Auto einfach und dann kann ich keinen Druck mehr ausüben. Ja. Nein. Ich muss einfach versuchen, mit der Nadel nicht irgendwie zu... Jetzt habe ich dich aufgegabelt. Ah, wir klemmen fest. Ich darf auch nicht runtergehen. Du blockierst eins meiner wichtigen Räder. Ich hau ab, ich hau ab. No, was passiert? Das ist meine Nadel. Oh mein Gott! Ich sehe immer nur die Stange, sie durch mich durchbauen. Oh ja, schön. Ja, ich kann nicht wegbouncen. Das ist noch eine bessere Taktik. Jetzt, jetzt. Ja. Nein, nein, nein. Alter, ich bin voll in deiner Achse. Oh, scheiße. Oh, fuck. Oh, Mitte, Mitte. Alter, der Ratsatz mega umgebohrt. Boah, mich bouncet das ein bisschen arg gerade. Oh, mich dreht es mega krass. Nein! Du hast doch eigentlich Glück, ey. Das ist ja scheiße, ich überfahre dich einfach nur. Oh, 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 oh. Was passiert? Dass du so tief bist, ist dein Glück. Sonst wäre es schon lange da. Ich muss einfach deine Fahrfehler ausnutzen. Wow, ich sehe nicht mehr, ich sehe nicht mehr. Jawoll. Oh, scheiße. Du steckst. Ich steck mal kurz ab, ja? Ja. Es ist festgepackt. Oh, oh, oh. Es ist nur dein... Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Ah, das ist es wieder. Ah, das ist es wieder. Warte, lass mich kurz aussteigen. Und go. The fuck, was ist da gerade los? Das ist so auseinandergefallen mit Zeitlupe. Ich muss einfach deine Fahrfehler aus... Jetzt habe ich die. Nein! Ich bin noch da. Ja! Ja! Ich bin da und da. Wie kann ich mein Fahrzeug wieder? Achso, ja, du musst... Wie kann ich fliegen? Genau. Ja! Der Rest der Runde geht an dich. Scheiße, ich hätte es duplizieren müssen.